was geht leute herzlich willkommen zu diesem video ich bin heute in Mahl im Dürnpark und auf dem Wetterbericht stand es sollte nicht regnen und nicht windig sein ich weiß nicht warum das jetzt so aussieht auf jeden fall wollen wir heute Flat Spins versuchen ich fahre mich jetzt mal ein bisschen ein und dann versuchen wir es so leute erster Run mal gucken wie es rollt die Anfahrt ist hier zum glück mit steinplatten ausgelegt deswegen ist das jetzt nicht so schlimm dass es regnet es wird wahrscheinlich nur ein bisschen eklig in der landung sein so leute wir machen jetzt mal ein 360 das ähnelt ja ziemlich stark schon im Flat Spins würde ich mal sagen bisschen zu langsam gewesen direkt noch mal so leute ich habe mich jetzt auf jeden fall gut eingefahren ich stelle die Kamera jetzt mal auf die Landung vom Sprung ich suche eine gute Hose aus da mache ich noch einen 360 der so ein bisschen mehr reingelehnt ist schon so ein bisschen Flat Spin artig und dann versuchen wir es einfach mal mal gucken wie es klappt viel Spaß so Leute ich muss mal gucken wie es ist Ich muss echt sagen, das mit dem Wetter ist gar nicht optimal, die Anfahrt ist so verkraft, ich muss wirklich auf dem kleinen Stück dreimal trampeln, dass ich überhaupt reinkomme, aber wir versuchen es jetzt, bis zum Glück. So Leute, ich habe mir die Clips jetzt mal angeschaut, ich sehe auf jeden Fall, der Ansatz ist da, ich versuche es jetzt auf jeden Fall noch ein paar Mal, ich stelle die Kamera jetzt auf die andere Seite von der Landung, weil ich glaube, man kann ein bisschen besser sehen, was ich versuche, und jetzt geht es weiter. Ich habe nicht gesehen, wie es aussah, aber es hat sich richtig geil angefühlt, macht auf jeden Fall sehr Spaß, ich hoffe, dass es klappt, hat sich auf jeden Fall gut angefühlt, aber die Airtame ist hier sehr knapp, ich komme hier ganz knapp in die Landung, und ich muss richtig reißen, dass ich überhaupt rumkomme. Wir versuchen es jetzt ein paar Mal, mal gucken, ob es besser wird. Hey Leute, ihr glaubt es nicht, ich habe jetzt, mich seit zwei Runs, hat irgendwas geschliffen. Ich habe mich gewundert und dachte, hey, was schreift denn? Ich habe jetzt gerade geguckt, guck mal, ich dachte erst, das wäre eine Nacktschnecke, aber mein Mantel ist geplatzt und der Schlauch kommt einfach raus. Der ist noch nicht geplatzt, weil der hat da geschliffen. So, tatsächlich, ich möchte damit jetzt auch nicht mehr unbedingt fahren, also muss man hier noch so 20 Minuten erst mal bis zum Bahnhof fahren. Ich hoffe, so lange hält sich das Schlauch noch. So Leute, es war jetzt wahrscheinlich ziemlich schlau, dass wir nicht weiter gefahren sind bei der Reifen. Der Schlauch ist jetzt komplett weggeplatzt, ich weiß gar nicht mehr, wo war denn jetzt das Loch. Hier, hier ist ein Loch im Mantel, da brauche ich auf jeden Fall einen neuen. Das ist schade für heute, die Session war es das jetzt, aber das Video ist noch nicht vorbei. Wir sehen uns dann jetzt gleich, ich mache einen neuen Mantel drauf, dann sehen wir uns jetzt gleich am nächsten Spot und dann wird weiter geübt. So Leute, ein neuer Reifen ist jetzt drauf, habe ich mir ausgeliehen von Felix. Grüße gehen raus. Ich bin hier wieder in Mahl, gleicher Spot und wir üben jetzt weiter. So Leute, es klappt schon einigermaßen mit den Flatspins. Es ist nur an der Landung, muss ich noch ein bisschen herausfinden, wie ich fassend lande, genau. Ich stelle die Kamera jetzt mal hier irgendwo an der Landung und dann üben wir weiter. Okay, Kimo macht jetzt, let's go, weit weit Sprung. So Leute, ich habe das Mulch jetzt hochgeschaufelt, wie man sieht, das hat jetzt echt etwas länger gedauert, aber... Arbeit zahlt sich immer aus. Und jetzt machen wir weiter. Scheiße, hast du das Fahrrad abgekommst? Alter, ich habe nur die Kamera umgehauen. Nein, Alter, ich habe Köpfe in die Kamera gemacht. Aber ist alles gut. Oh Gott. Ich darf es dance. So Leute, wir haben jetzt schon ein, zwei Flatspins ausgefahren, die ziemlich gut waren. Ich übe jetzt einfach ein bisschen passender zu landen. Und ja. Unterdreht. Boah. Unterdreht. So Leute, das war es jetzt vom Video. Ich habe ein bisschen Flatspins, ja, ein paar Mal ausgefahren auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall richtig Bock. Wir fahren jetzt noch eine entspannte Session zu Ende. Und das war es jetzt aber vom Video. Wow. Wow. To many Lander. Ja.